Wenn man mal in die Vergangenheit zurückblickt, sieht man, dass ein Frequenzenrichter vornehmlich die Aufgabe hatte, einen elektrischen Antrieb zu regeln. Das trägt heute beinahe in den Hintergrund. Ich vergleiche das sehr gerne mit einem Mobiltelefon. Auch damit kann man telefonieren, aber es gibt mittlerweile so viele Apps, die das Telefonieren schon fast zur Nebensache werden lassen. Beim FRE800 ist es so, dass wir drei Konzepte in einem Gerät vereinen. Wir sprechen beim ersten Konzept vom Thema Wartung, also Predictive Maintenance. Dann sprechen wir von Functional Safety und wir sprechen von Netzwerkfähigkeit. Wir können die Safety-Funktionalität über verschiedene Netzwerke abbilden. Ein weiter wichtiger Aspekt ist, dass dies eine Safety-Funktionalität über Ethernet ist. Das heißt, es ist sehr einfach zu verdrahten. Ich brauche keine Hartverdrahtung, sondern brauche ein Standard Ethernet-Kabel, um diese Funktionalität auch bedienen zu können. Der Kunde hat eine spezielle Anwendung, die er bedienen will. Dafür braucht er natürlich spezielle Funktionen. Wir sind in der glücklichen Lage, für unsere Kunden Tailor-Made Software zu entwickeln. So kann dem Kunden speziell und individuell geholfen werden. Für unsere Frequenzumrichter gibt es natürlich unzählige Anwendungsbeispiele. Die komplette produzierende Industrie, überall wo Maschinen gebaut werden, wo Produktionslinien gebaut werden und wo Elektromotoren irgendetwas antreiben, werden Frequenzumrichter geregelte Antriebe verwendet. Die Waschanlagenkette der Firma Mr. Wash. In diesen Betrieben werden unsere Umrichter in der kompletten Fahrzeugpflege-Linie eingesetzt. Pumpen für die Wasserbesprühung des Fahrzeugs, Walzen, die das Fahrzeug reinigen, Gebläse, die das Fahrzeug trocknen. In einer Anlage befinden sich bis zu 120 mezzolische Elektrikumrichter. Ein enormer Vorteil ist, dass wir unsere Produkte permanent weiterentwickeln und verbessern. Wir können auf eine lange Tradition beim Bau von Leistungskomponenten zurückschauen und diese Erfahrung fließt natürlich permanent auch in die neue Weiterentwicklung der Produkte hinein. Es gibt im Werk bis zu 5000 Prüfmethoden von der einzelnen Komponente bis hin zum fertigen Produkt. Sie können sich vorstellen, dass bei so einem Aufwand und bei 40 Jahren Erfahrung unsere Qualität ganz weit oben steht. Im Bereich Korrosionserkennung hat Mitsubishi Electric mit dem FR-E800 das Alleinstellungsmerkmal. Aber auch bei anderen Frequenzenrichter Baureihen von Mitsubishi Electric können wir einen sogenannten Smart-Check, einen Vibrationssensor, mit einbinden. Dieser Sensor kann seine Daten live und online über eine Cloud und übers Internet in eine zentrale Schaltwarte bringen, sobald sich am Motor irgendwelche Parameter verändern, also sprich Vibration am Lager treten auf oder erhöhte Temperatur im Lager schickt. Diese Daten werden live erkannt und zentral zum Wartungspersonal übermittelt, sodass man dort rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten kann. Die Betriebssicherheit wird durch diese Funktionalität enorm erhöht. Ich kann rechtzeitig feststellen, dass sich im System etwas ändert. Es werden Voralarme ausgegeben in verschiedenen Stufen. Dies kann die Wartungstruppe natürlich nutzen, um geplant, vorausschauend die Anlage zu warten oder instand zu setzen. Dieses GOT-Drive ist ein ganz normales HMI-Bediengerät der Baureihe GOT, kann aber durch installieren vorgefertigter Templates gewisse Wartungsfunktionen übernehmen. Der Vorteil dabei ist, ich kann bis zu 32 Geräte direkt mit diesem GOT verbinden und kann die einzelnen Stationen gezielt abfragen. Mein Name ist Christian Senger. Ich bin seit dem Jahr 2000 für Mitsubishi Electric tätig und bin seit 2018 Produktmanager für Frequenzumrichter.